Wie war das mit der Bildung? Oberschulen. Wir brauchen Oberschulen. Oberschulen brauchen wir. Und Müllverbrennungen. Verbrennungsanlagen. Ich glaube, das spare ich erstmal auf die Müllverbrennungsanlagen. Verschmutzung ist halt übel high, Alter. Was ist das? Übel hoch. Mega behindert. Strom ist alles ausreichend. Ja, wir haben genug auf jeden Fall. In der Erzeugung. Zur Not können wir hier nochmal einen hinhauen. Und hier unten auch nochmal irgendwo eins. Oder da oben. Alles ist alles fresh. Ich weiß nicht, wie wir das hier hinbauen wollen. Muss ich das hier vielleicht verschieben oder so? Ich weiß nicht, würde das rein theoretisch hier hinpassen? Nee, Wasser ist im Weg. Hier. Da habe ich es gerade gesehen. Hier könnten wir es irgendwo hinbauen. Gefälle zu steil. Oh, was? Das Gefälle ist zu steil. Müssen wir das irgendwie nochmal auch gehen? Moment, das kann man ja terraformen. Äh, höher. Kann man das irgendwie höher machen? Machen wir es dadurch höher oder machen wir es dadurch tiefer? Dadurch machen wir es höher, ne? Ja, dadurch machen wir es höher. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würden wir es höher machen. Können wir das locker hier reinbauen, das Sonnen-Dings-Gebums da? Ja, dauert nur ganz schön lange irgendwie. Ach Mensch. Es kostet halt ein bisschen was. Nicht unbedingt übel viel, aber ein bisschen. Hier müssen wir das nochmal ein bisschen anpassen. So. So langsam passt das hier aber, oder? Also fast. Hier ist halt echt immer noch steil, aber... Gucken wir mal. Ne, ne? Kämpfer auf Wasser möglich. Jetzt ist hier Kämpfer auf Wasser möglich. Ja, GG. Okay, dann müssen wir das irgendwie hier reinbauen, oder so. Keine Ahnung. Also hier unten können wir es nicht hinbauen. Alles klar. Neues Gebäude. Ich weiß, wir können jetzt Schiffe bauen. Ein Hafen. Aber das machen wir jetzt nicht. Denn ich will erst mal Müllverbrennungsanlagen bauen. Wir haben genug Geld. Zack. Könnte ich eigentlich hier gegenüber noch eins bauen, oder? Ne. Machen wir mal. Hier unten haben wir schon eins stehen. Da oben haben wir auch schon eins stehen. Oh, geil. Hier haben wir auch zwei. Ja, hier unten bietet sich das halt eigentlich super an, dass wir hier alles hinklatschen. Noch eins. Deswegen hat es, glaube ich, auch so ewig gedauert, bis wir das hier mal entleert haben, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ist okay. Ich habe es gecheckt, dass hier ein neues Gebäude zur Verfügung steht. Muss ich mir jetzt nicht immer sagen. Das ist die Linie. Stimmt. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt erst mal um die Oberschulen. Tut mir leid. Ich reiße euch ein bisschen ab hier. Es tut mir echt leid um die ganzen Menschen, die hier wohnen wollen. Nicht genug Geld. Ja, jetzt haben wir nicht genug Geld. Stimmt. Können wir denn, ohne dass die Leute meckern, die Steuern nochmal erhöhen? Budget. Nein, Steuern eigentlich erhöhen, ne? Welchem Gebiet sind die denn? Die im Industriegebiet meckern jetzt auch schon. Okay, dann muss ich das Industriegebiet auch wieder runterziehen. Mache ich das mal auf 12 und dann haue ich hier mal alles auf 15 vielleicht? Ich weiß halt nicht, wie übertrieben das für sowas ist. Für diese Gebiete, sag ich mal. Aber wie es aussieht, meckern die gerade nicht. Das sieht schon geil aus, ne? Die steigen eher alle ein Level ab. Was sehr, sehr schön ist. Können wir eine neue Oberschule bauen. Bauen wir hier oben nochmal eine hin? Ja, ne? Hier oben nochmal. Hier neben das Einkaufszentrum ist doch eigentlich super. Ich glaube, dann wollen wir hier oben rechts nochmal eine hin. Irgendwie hier so. Ich will nicht so viele Häuser abreißen dadurch. Hier, hier könnten wir eins hin wohnen. Okay, warten wir kurz. Ja. Kann ich kurz einen Schluck Kaffee nehmen? Jetzt haben wir die, ja, das passt. So, die meckern auch nicht wegen den Steuern. Alles super, dann können wir uns als nächstes erstmal noch weiter um einzigartige Gebäude kümmern, oder? Was ist das denn nochmal? Quell von Leben und Tod, den klatschen wir, glaube ich, hier hin. Kostet 30.000, der Schüssel. Klatschen wir mal hier neben die Häuser. Obwohl, wir haben hier eine Grundschule, glaube ich. Eine Oberschule. Hier eine Universität haben wir da unten. Was haben wir hier hin? Passt das? Das passt perfekt. Super. Bauen wir das da hin. Was haben wir hier noch? Transportturm. Ist ein großes Bürogebäude. Was ist das, was auf die Bedürfnisse des Transportfirms zugeschnitten ist? Anforderung für den... Für den Bau des Weltraumlifts. Oh, wie cool ist das denn? Wo haben wir denn nochmal Bürogebiet? Hier haben wir überall Bürogebiet. Und ich weiß nicht, ob der da hinkommen könnte. Gucken wir mal. Dort auf die freie Fläche. Nein! Okay, das ist ein bisschen sehr groß. Wir sind sehr groß. Äh, wo können wir den hinklatschen? Ich glaube doch irgendwo hier. Aber ich glaube, wir klatschen den da hin. Hauen wir dadurch vielleicht noch was weg, aber... Hier hinten könnten wir den hauen. Aber ich will nur... Ja, hier. Hier klatschen wir den hin. Wir brauchen 60.000 dafür. Jetzt finden sie die Steuern zu hoch. Oh, oh. Dann warte ich noch kurz auf meine 60.000 und dann setze ich die Steuern wieder runter. Ah, welches Gebiet ist denn das? Wohngebiet? Oh, alle. Alle. Okay, dann muss ich... Ich setze mal auf 14. Ich setze mal auf 14. Ja, alles klar. 14. 14 ist okay. Ne, wie es aussieht nicht. Okay, 14 ist auch zu hoch. Dann muss ich sie auf 13 setzen. 13. Runter. Runter. Darling, können wir jetzt... Wir könnten das jetzt zahlen. Machen wir aber nicht. Denn ich will diesen Turm bauen. Hier oben an die Straße. Können wir bauen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was haben wir da oben? Da verlassen Häuser. Die gehen ja auch nach einer Zeit alleine, ne? Das Gerichtsgebäude. Auch sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Oh, kacke. Wo klatschen wir das denn hin? Eigentlich ein Gewerbegebiet, oder? Hier ist die Bahn. Von der Bahn am besten leicht zu erreichen. Das heißt, irgendwie hier auf die Straßenseite. Ich würde sagen, hier hinten die Ecke. Hier. Uiuiuiuiui. Was ist das hier überhaupt hin? Nein, die Straße ist zu breit, oder? Wir können das... Oh, wir können das gar nicht hinbauen. Die Straße. Die Straße ist im Weg. Scheiße. Dann können wir es hier vielleicht hinbauen. Ja, hier könnten wir es hinbauen. Das würde doch das... Ja, hier würde es passen. Hier würde es gehen. Guck mal, wo ist der Bahnhof? Da unten ist der Bahnhof. Hier ist der Bahnhof. Hier zwischen könnten wir es auf jeden Fall nicht bauen. Hier zwischen... Auch nicht. Aber hier oben können wir es zwischenbauen. Das heißt, hier bauen wir es hin. Das kostet 55.000. Tut mir leid. Der Ort ist bereits belegt. Oh, nein! Okay, dann müssen wir... Dann bauen wir es hier unten ja in die Straße ran. Wir hauen zwar sechs Häuser weg. Tut mir dann auch leid für die Leute. Aber es muss sein. Es muss leider sein. Ach, Mensch. War das bereits belegt? Hä, wovon? Ah, von der Straße? Nein! Jetzt ist die Straße wieder im Weg. Oh, Mann! Oh, Kacke. Wo können wir das denn hinmauen? Oder wo ist der Bahnhof? Da. Können wir es irgendwie hier hinhauen irgendwo? Oh, Mann. Kacke. Ne, hier sind die Straßen. Da habe ich zu dumm gesetzt. Hier können wir das irgendwie... Hier können wir es hinhauen. Wir reißen zwar einiges davon ab, aber egal. Jetzt haben wir dann Gerichtsgebäude gebaut. Schöne Sache. Neues Gebäude. Ich weiß. Ich weiß. ExpoCenter. Fachmessen. Das brauchen... Oh, das ist fett. Ich glaube, das setzen wir mal zu denen hier unten, weil die haben hier noch so echt wenig. Alter, das kostet 100.000. Das kostet 100.000. Heilige Kacke. Okay, ich glaube, da müssen wir noch warten, bis wir das bauen können. Das hier kostet 125.000. Und das? 200.000. Okay, ich glaube, wir bauen erstmal den Hafen. Hafen können wir eigentlich hier unten hinbauen. Müssen wir den... Küste benötigt. Küste benötigt. Hier können wir es hinbauen, aber wir haben hier nicht genug Geld. Okay. Dann bauen wir es hier hin. Können die über die Schienen fahren? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der über die Schienen fahren kann. Hä? Was sind wir denn da oben? Was ist das denn? Nahverkehr. Buslinie 1, Buslinie 2. U-Bahn? Ach, U-Bahn haben wir gar nicht, ne? Oh. Ja, U-Bahn haben wir gar nicht. Egal. Wir sparen jetzt auf die 80.000. Guck mal das Gewerbegebiet unten an. Wie viele Leute von dem Gewerbegebiet haben wollen. Also wie angesagt das ist. Also im Gegensatz zu vorher, meine ich jetzt. Das könnten wir auch gebrauchen. Wie viel Lärmbelästigung? 120. Das können wir doch nicht zum Wohngebiet bauen, oder? Wohl. 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 Ich bin mir halt nicht sicher, wie weit die Lärmbelästigung reicht. Deswegen. Egal. Wir klatschen das dahin. Alles gut. Alles, alles gut. Komm, die 80.000 haben wir gleich. Oh, doch. Die Lärmbelästigung reicht schon weit. Ich sehe jetzt den Rahmen hier. Oh, Mann. Hm. Hier wäre halt super. Oh. Orangenschaft. Kernkraftwerk haben wir. Ich glaube, wir müssen ein neues Land kaufen. Ach, Mensch. Jetzt wird es aber gut. Jetzt ist es aber gut. So, wir können ein neues Land kaufen. Will ich das? Ich glaube, ich will das Land nach oben erweitern. 7.400. Gönnen wir uns. Was ist das? 11.900. Ach, komm. Reicht. Reicht. Definitiv. Ähm. Boah. Ich habe Schiss, dass die Züge crashen, ey. Hoi, hoi, hoi. Guck mal, fahr mal schneller da lang. Oh. Wo helfst du denn? Was ist mit den Autos? Ihr könnt hier lang fahren. Eigentlich. Rein theoretisch. Sind die Autos gerade gespawnt? Ich glaube schon. Oh, kacke. Ähm. Wie machen wir das denn? Können wir Brücken bauen eigentlich? Können wir Brücken? Gibt es Brücken? Was ist das denn? Großer Kreiselverkehr. Drei-Bahn-Kreuzung. Klee-Blatt-Kreuzung. Okay, das ist super. Können wir die nicht hier anknüpfen lassen oder so? Nee. Können wir nicht irgendwie... Kann man hochbauen? Also kann man hoch bauen? Irgendwie? Was ist das? Freie Straßenform. Anhebungsschritt. Anhebungsschritt? Ich teste jetzt mal ein bisschen hier. Nee, das geht nicht. Hau mal weg. Shit. Das mache ich gleich nochmal. Hä? Ich check's nicht. Ich weiß nicht. Kann man... Kann man das überhaupt machen? Also kann man... Ich sag mal Brücken bauen. Das wäre gut zu wissen. Sonst habe ich keine Ahnung. Kann man von hier aus? Warte mal. Wir fahren ja hier rein. Hier gibt's Stau. Shit. Ach, egal. Juck mich nicht. Ähm... Wir fahren hier raus. Wollen sie da lang? Wenn ich von der Straße hier... Wenn ich von der Straße da... Ja... Ich habe ja das Land zur Verfügung da, ne? Dann haben wir hier fahren. Hier lang. Von hier aus kann sie auch hier hin. Von hier aus kann sie da hin. Aber von hier aus... Es hat geblitzt. Kann ich die Straße je verbinden? Kann ich die Straße verbinden? Ich kann die Straße verbinden. Alles klar. Hey! Was machst du denn? Geht doch nicht so weit nach unten. Kann ich... Warte mal. So. So. Kann ich das irgendwie ohne das abzureißen? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann mache ich das mal so. Dann kann ich von hier... Ähm... Hier lang. Von hier aus... Dort rüber? Ich bräuchte gerne mal... ...ein bisschen Licht. Kann die Nacht weggehen? Und von hier aus... Guck mal, jetzt habe ich auch so eine... Ah, okay. Cool. Ähm... Von hier aus soll die dann aber gerade sein... ...bis nach hier. So, jetzt muss ich irgendwie von hier aus nochmal... ...äh... ...ne Straße langführen lassen. Ist es gerade? Ja, es ist gerade. Ziehe ich hier... ...wache ich ein Haus weg. Komm. Ein Haus... ...ein Haus... ...bis nach da... ...dann nach da... ...dann von da nach... ...da... ...und das verbinden. Hätten wir das schon mal? Dann haben wir hier nämlich nochmal... ...ein kleines Industriegebiet. Ja... ...würde ich so meinen. Das würde am meisten Sinn machen. Können wir hier nämlich auch... ...damit die Autobahnleute... ...schön was zum Gucken haben. Ähm... ...nochmal Solar und so hinbauen. Solarenergie. Zack, 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 zack. Damit das halt für die Autobahnleute ziemlich cool aussieht. Wisst ihr Bescheid? Kann ich nämlich... ...zum Beispiel... ...ähm... ...was haben wir viel Geld? Holy shit! Kernkraftwerk... ...wie will sie best... ...Kraftwerk des Atoms? Äh! Ne. Nehmen wir erstmal nicht. Jetzt hier zum Beispiel... ...nochmal das hinbauen. Dann nochmal Stromleitungen. Von... ...hier werde ich nämlich eh nichts einbauen. Von hier... ...ah, ich lasse das erstmal. Da haben wir auf jeden Fall erstmal ein Stromkraftwerk. Super cool. Ähm... ...hier können wir nochmal einen Bahnhof anknüpfen lassen. Das ist auch sehr geil. Ähm... ...moment... ...Bahnhof... ...aber wir haben ja eh einen Zug. Güterzug. Guck mal, wir haben ja eh... Ach, können wir das... ...können wir das wegreißen? Können die... ...die... ...ja, können wir. Tumbeleizug. Guck mal. Muss neben... Achso. Das Gebäude muss ja neben eine Straße gebaut sein. Stimmt. Können wir nämlich... ...erst mal Straße... ...ziehe mir das hier hoch? Ich weiß es nicht genau. Ich ziehe das erstmal kurz hier rüber. Und dann erstmal... ...das... ...hier hinzubauen. Dann eine Schiene von dort. Entfernung zu gering. Deine Mutter ist zu gering. Weg. Weg. Schienen. Und dort. Dort. Super. Und von da... ...nach da. Schick. Wenn ich jetzt noch wüsste... ...das führt dahin... ...kann ich die Linie nochmal erweitern. Zum Beispiel... ...Linie zum hinzufügen der Haltestelle ziehen. Was? Linie zum hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Ah! Na, die Linie hinzufügen. Wenn ich das jetzt bis... ...hier hinziehe... ...hier hinzufügen. Ich warte mal. Ich kann ja nochmal von hier... ...Schienen anknüpfen lassen, ne? Warte mal. Mann! Kann ich nicht... ...ja, die Schiene ist ja... ...die Schienen sind ja belegt. Die führen da lang. Von hier aus kann der Zug dann hier runterfahren. Um dann hier lang zu gehen. Ah! Weil die nicht auf meiner Karte sind. Weil ich das Gebiet nicht gekauft hab, ne? Warte mal. Ja, weil ich das Gebiet wahrscheinlich nicht gekauft hab. So, kaufen. Was? Ich denke mal, das lag daran. Weil ich das Gebiet nicht kaufen konnte. Wenn ich jetzt nämlich hier eine Haltestelle hinzufüge... ...und dann bis hierhin... ...neue Linien hinzufügen. Sie führt bis... ...hier. Ne, das liegt echt daran, dass das hier so... ...abgeschrägt ist, oder? Kann ich das hier... ...kann ich vielleicht die hier? Ja! Haltestelle hinzufügen. Genau. Dann führt das weiter bis... ...hier. Dann bis hier. Dann geht das... Aber das geht trotzdem nicht bis hier, ne? Doch, Linie abschließen. Ja, machen wir halt so. Linie abgeschlossen. Hier führt halt gar nichts lang. Aber das Gebiet haben wir halt auch noch lange nicht... ...gekauft. Ja, gehen Sie in, die hier hat... ...lust. So, das geht jetzt.